wir müssen dich von der nummer abziehen bist du bereit für den kampf immer doch das war eine rhetorische frage die rest war eine rhetorische frage immer dasselbe herzlich willkommen zurück zu watch logs legione mit viel ohne sagt man legione okay jetzt noch mal gucken woraus haben wir denn alles jetzt gemacht das ist schon alles durch hier das müssen wir noch holen die scheiße noch holen 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 ich gucke mir gerade am gucken die haben wir soweit alles außer da fängt an hier die straße entlang das haben wir alles hier aber alles ich würde sagen dann lass uns mal hier entlang hier das machen wir das machen war das haben wir entschuldigung und dann haben wir den gehen hier noch diesen da 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 ja gut ich habe ja fast alles hier gemacht erst mal die hier noch die beiden hier die haben wir doch auch noch offen hier war noch und dann gucken wir mal hier irgendwas noch machen die an der ecke und dann gucken wir mal das mal ein wird weitermachen ich würde sagen hier den haben wir auch noch offen hier ok war mal erst mal den scheiß und dann gucken wir weiter oder so mit denen einfach nehmen hier den arzt na ok was soll die scheiße er weiß ich auch nicht was ich heißen soll hier ich guck mal gerade am ende mein joystick ist noch online on the line so fahrrad besser auto auto pilot auto pilot Autopilot aktiviert Ah, cool Ey, Autopilot Wer fährt da hin und ich hin will Ah, das ist ja cool Autopilot deaktiviert Ah, ha, 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 ha Ähm, ja, äh Hallo, wie ist denn hier? Keine Spur der Zielperson, Ende Ich hab irgendwas jetzt gedrückt Real Steigt noch mal hart aus, warte mal Steigt mal aus Aussteigen Laufen Zielperson zu Fuß Bereit halten Oh, yeah Ich wusste gar nicht, was jetzt passiert ist Wurde ich jetzt ganz ehrlich Oh Negativ Keine Spur von der Zielperson, Ende Gut, ich beende die Sache jetzt Alle Einheiten zurückziehen, Ende Warum er es gemacht hat, keine Ahnung Warum er es gemacht hat, keine Ahnung Okay, ja, gut, jetzt haben wir Ach, guck mal Ich guck mal, gerade hier haben wir nämlich auch noch was Also wahrscheinlich hier oben drauf, ne? Können natürlich oben drauf gewesen sein Wir laufen mal hier ein bisschen Wir haben unsere Zukunft ruiniert, unser Land verkauft Aber es ist ausgeteichnet, Wohnungen brauchen uns Okay, wir müssen ja um die Kurve Okay, wir müssen ja um die Kurve Ich bin fehl, muss ich ein bisschen anders machen Das kann nicht dein Ernst sein Wir machen das schon so lange zusammen Stopp, stopp, ganz langsam Denk doch mal kurz nach Überleg doch mal Mann, wie stehe ich denn da, wenn du das machst? Hm? Beschissen Dann bin ich richtig am Arsch Okay Okay, ja, müssen wir irgendwie gucken, dass wir jetzt hier hochkommen Bis jetzt sehe ich noch keinen Weg Ach, wir haben uns auch mal in so einen Lieferwagen genommen, hochzukommen Die Sau, ey, immer dasselbe Spiel in Grün Hallo Endlich Nein, darf man nicht Das darf ich nur Okay Bin ich auch dabei, jawoll Okay, okay, okay Ah, da Ich drückte gerade E Ähm, wo kann ich das auch von hier aus Ein bisschen Ah, hacken Alles klar, haben wir auch So, jetzt werden wir mal gucken Jetzt haben wir die beiden Sachen haben wir ja Ja, beide Sachen haben wir ja Ich würde sagen, lass uns mal versuchen, ob ich den hier kriege Ich habe eine Nachricht bekommen Momentchen, kurz gucken Wer hat mir denn geschrieben Alles klar, mehr Ich muss gerade mal warten So Monika, wenn du das siehst Ich muss gerade spielen Entschuldigung, die Nachricht gleich am Erleben Okay Okay, okay, okay Die haben wir auch noch nicht Oh, die stehen alle da, ne Die Züge Hospital Da haben wir was vergessen Im Hospital Kann das sein Okay, wollen wir mal gucken Mal gucken Vielleicht morgen kriege ich vielleicht mein neues Headset Schauen wir mal Ja, der soll mir was haben Meint mein Sohn Ich habe ihm vertraut Nein, der hat das ja auch Ist alles okay Oh, Gott, guck Um das teilzuholen Jetzt die aller schießen Liegt er Soll ich mal gucken Ob ich mit der Na, hab ich nicht Irgendwie auch so Woher kommt das denn jetzt Ach du Scheiße Was ist denn jetzt los Ich brauche hier mehr Leute Und der nächste Achtung, Granate Jetzt gib schon auf Kommt runter Nein, weil Die rote Linie Ist überschritten Ich brauche noch ein bisschen Musiteuren einsammeln Oh, hier liegt ne Waffe Aber die kriege ich nicht Ich brauche noch ein bisschen Was haben wir hier jetzt einsammeln Ich wünsche jetzt drei drücken, ne Dann Drei Hier Drei Musst du lange drei drücken, oder was Ich bin dran Was ist da los Naja Ich wusste jetzt nicht ganz genau, wie ich es macht Wie die immer macht Ich bin runtergeflogen Naja gut Die arme Frau Die arme Frau Die ist jetzt verhaftet Ooooooooh 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 Warum ist das hier so scheiße Verstehe ich nicht ganz Aber naja gut Er hat seinen Wohnsitz in eine Erdienzelle verlagert Sind die Mieten in London wirklich so heftig Jetzt schon? Okay Dann mal an die Arbeit Warum habe ich die dich gekriegt? Aber wir können ja auch hier hochklettern sehe ich gerade Oder? wir kommen ja ganz schön hoch na komm her, komm komm komm, geh da hoch geh da nicht, ja das war ja damals so doch, nein doch oh mensch, ich will das noch, ey, das wird wieder eine geile Folge hier, denk ich mal, wo ich wieder irgendwas mache, was ich jetzt nicht kapiere ich will doch eigentlich nur hier hoch aber hier kommst du nicht hoch, leider ich glaub, vielleicht könntest du hier ein bisschen hoch wandern, aber hier hast du oben so ne Kacke hier, sieht das? hier, das ist so ne Scheiße, da kommst du nicht dran vorbei wobei das alles so geil wäre, wenn wir so dran vorbeikämen oh hier hast du hochkunt, da ja gut hier, da ja gut Okay, da kommt der Nächste. Hier ist der Nächste von... Na, wo bist du denn, du I-di? Du Sackgesicht, Alter. Ja, du hast mir eine Kollegin am Arsch gemacht, du Sack. Das wäre die letzte bekannte Position. Thomas, Sankt Thomas Hospital. Okay, dann hier, Sankt Thomas Hospital, das ist der zweite Teil. Okay, dann wieder hoch. Warte mal, ich gucke mal, was ist das denn eigentlich hier? Da war nix, ne? Hä? Hier, das meine ich da. Oh, hier steht unten. Das ist ne Drohne, oder? Ne Drohne wahrscheinlich, ja. So, dann gehen wir mal hier hoch. Also, ich sehe hier nichts. Ich auch nicht. So, ich bin jetzt mal weg. Und dann, hier ist was, ne? Rekrutiere. Rekrutiere, rekrutiere. Nehmen wir den hier. Den nehmen wir jetzt mal. Gucken wir mal, ob wir einen rekrutieren können noch. Strecke mal was kurz, so. Ja, bisschen, ne kleinere. Also, müssen wir mal was anderes noch machen. Ah, Durst. Gucken wir mal, was das hier ist. Okay, was auf, wir landen mal grad hier drauf. So. So. Oh. Okay. Mal grad das gucken. Oh. 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 Du weißt, dass ich dich sehe. Scheiße. Ich werde mich haben. Oh. 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 Was ist denn hier mit? Das ist ganz meine Waffe hier. Ah, okay. Das sieht auch ganz gut aus irgendwie, die Waffe. Oh. 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 Hey. Was war das denn? Okay, ich habe hier keine Munition mehr, sehe ich gerade, aber war nicht schlecht. Falle, okay. Okay, dann wollen wir mal gucken, dass wir hier runter kommen. Oh, jetzt müsste ich hier aber auch einer sein, glaube ich. Ich gehe jetzt mal hier hoch, ich gehe jetzt mal runter, ich gehe jetzt mal runter, warte mal, ich gehe jetzt mal runter. Wo ist denn ich da jetzt noch liegen? Ich gehe jetzt mal runter. Ich gehe jetzt mal runter, ich gehe jetzt mal runter, ich gehe jetzt mal runter. Ich gehe jetzt mal runter, ich gehe jetzt mal runter, ich gehe jetzt mal runter. Okay. Ja, okay, dann machen wir folgendes. Ich gehe jetzt mal runter, ich gehe jetzt mal runter, ich gehe jetzt mal runter und klettern mal hier auch hoch, wo die rückgeklettert sind. Okay, dann machen wir das weiter runter. Ja, dann gehen wir das weiter runter. Ja gut, dann scheine ich auf der anderen Seite irgendwie, keine Ahnung, gucken wir mal. Wir gehen erstmal hier hoch. Gehen wir erstmal hier hoch. Ist ja auch noch ein Ding. Gehen wir weiter hoch. Gehen wir mal hier hoch. Wollen wir mal den Scheiß ausschalten? Wollen wir den Scheiß ausschalten? Ach hier. Wollen wir den Scheiß mal gerade ausschalten. Wollen wir den Scheiß? Wollen wir den Scheiß? Oh, geht Falle. Okay. So, wie ist denn dieses Scheiß Ding? Ah, ich muss mich gerade kratzen. Es ruckelt gerade ein bisschen. Warte. 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 Warum jetzt ruckelt, frage ich mich. Wieso ruckelt? Warum ruckelt es? Weiter runter. Okay, warum auch immer weiter unten ist, keine Ahnung. Ich geh mal hier runter, ich geh mal hier runter, ich geh mal hier runter, ich geh mal hier runter. Normalerweise... Hier. Ist ja eine Ausschaltung von dem Teil da. Oh. Okay, ich hab schon gesehen. Erstmal wandern, wenn wir rüber und ein bisschen was auch anlaufen. Oh, hier fählen wir rüber. Hier ist ja nichts. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Hier ist nichts, hier ist nichts, hier ist nichts. Hier kommen wir nicht rein. Hier ist die Ecke. Kommen wir auch nicht irgendwo hin Wahrscheinlich auf der anderen Seite Ich gehe mal gerade auf die andere Seite Warte Ich laufe mal gerade auf die andere Seite Ich laufe gerade auf die andere Seite Und dann gucken wir mal Ach da ist es Na gut, alles klar Okay Lumber Tower Keine Sorge, mir geht es gut Dein Vater Okay, wandern jetzt mal wieder auf die andere Seite Weil ich muss auch wieder Ich verspreche mich drum Halt die Fresse Ja, Idiot ey Hat den Ding voll in den Kopf geschlagen Kloppt oder was? Ja So, das haben wir auch Oh, hier haben wir noch mehr Hätte ich auch direkt mit dem können Oh, der ist schon kaputt Der ist schon kaputt Ich habe es gar nicht gesehen Na gut Oh, ich glaube ich bin aus dem Spiel raus Ich muss gerade wieder in das Spiel rein Ja, komischerweise ich drücke immer die selbe Taste Und trotzdem wollte es Ich habe hier Waffe Ne Ne, okay So, der nächste wäre der Oh, ja Oh, ja, bei 18-20 Minuten Ich habe noch gar nichts gepackt Was war denn eigentlich da was Musste ich doch einen Typ befreien, ne Oder nicht Momentchen mal, Momentchen mal Film ja gerade so auf Momentchen mal, da war doch irgendwas Da In der Ja, hier, hier, guck mal Verfolgen, Tee Komm, mach mal das mal gerade Jetzt müssen wir gerade wieder zurück klatschen Ich muss hier doch Ich muss doch einen Befreien Fällen wir gerade ein Nicht bewegen beim Scan Mal sehen, was wir finden Es gibt doch kein Problem Oder doch Kein Problem Bitte weitergehen Fingt euch doch Ja, ja, das habe ich immer gesagt Ich bin da Aber von unserem Rächer ist nichts zu sehen Irgendjemand muss was gesehen haben Fragen wir mal rum Scheiße, das war echt krass Da kommt dieser Typ rein, ja Hebt die Fäuste und Bam, bam Legt diese Gangster um, Mann Er hat fast alle erledigt Bevor er überwältigt und reingeschleppt wurde Shit Er braucht unsere Hilfe Die Untertreibung des Jahres Diese Kerle da drin sind echt harte Brocken Mann, in seiner Haut würde ich jetzt echt nicht gern stecken Er hat also versucht eine Verbrecherorganisation mit bloßen Händen zu bekämpfen Und ist deswegen in Schwierigkeiten Wow, was für eine Überraschung Er könnte nützlich sein Wir sollten ihm helfen Okay, der ist da oben Okay, dann gehen wir hier rüber wieder Dann werden wahrscheinlich die Leute wieder da Ich weiß, wo der, wo die meinen Wo der, wo der sein kann Gehen wir jetzt mal rein wieder Hey, was ist das ein ficktes Problem? Hey, was ist das ein ficktes Problem? Hey, sieh mal Steh unter Beschuss Ich steh unter Beschuss Entsteht einfach nur da, ey Werde Beschuss Ich brauche Verstärkung Hä, willst du mehr? Versuch's doch, Arschloch Ich versuch's kein Ende Netter Versuch Klapp nicht Hat das Schweine erwischt? Ich muss nachladen Das muss doch nicht Ah, okay Scheiße Okay Ja, gut Heute ist die Todesfolge wieder mal Eine Todesfolge Wen haben wir da durchverfügbar? Ach, hier kommt unser Ach, ja, der ist auch gut Genau Du machst es Du machst es, jung Ihr braucht jetzt leider selbst eine Operation Anstatt selbige zu Ende zu bringen Die Schweine Ich hoffe, sie sind auf Auge um Auge gefasst Hey, rüber Bitte, ich will keinen Ärger Oh, keinen Ärger, was? Das ist ja wirklich zu schade Das hier ist Clan Kelly-Gebiet Da reicht eine bloße Anwesenheit für Ärger Das hier ist ja wirklich zu spät Oh, ja, 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 ja Wenn ich jetzt hier mal bin, dann bin ich Ah, ja, 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 ja Die Geisel ist hier. Hol den Mann raus. Zeit, ihn rauszuholen. Okay. Jetzt runter. Kommst du auch? Ein bisschen Munition hier. Hier hat Munition, hier hat Munition. Kommst du? Hol. Bab, bab. Kommst du mit oder was ist los? Hallo? Na ja, wird langsam zick, ey, als du mitläufst. Wo will der hin? Bist ihn wohl ausgewichen? Ich wäre am Arsch gewesen, wenn du nicht angegriffen hättest. Die Wegser hätten mich erledigt. Alles in Ordnung? Oh Mann, ich dachte, ich wäre erledigt. Ja, schon klar, hab's verstanden. Der Stunt, den du hingelegt hast, ist ja schön und gut. Aber alleine wirst du nicht weit kommen. Du bist fast nur noch Dörrfleisch gewesen. Weißt du, beim ersten Mal hatte ich keine Wahl. Entweder ich oder sie. Aber später. Es war so, als würde ich dem Universum eine Botschaft schicken. Jedes Übel, das da käme, würde nicht in Frage gestellt oder ignoriert werden. Es würde vernichtet werden. Also kann ich nicht aufhören. Nein! In der Mehrheit liegt die Kraft, weißt du? Du solltest DedSec beitreten. Dachte schon, du fragst nie. Aha. Gut, der geht. Wir sehen ihn mal. Noch jemand Mutiges für unser Team. Willkommen an Bord. Fantastisch. Endlich werde ich akzeptiert. Ausgezeichnet. Und so sind wir ihn. Haha. Okay. Oh. 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 So, jetzt müssen wir erstmal irgendwo hin. Also, das haben wir jetzt alles gemacht, ne? Ah, da haben wir noch ein Teil, wo wir hinkonnten. Weil ich bin gerade kurz wieder am Essen. Oh, jetzt kann ich nicht aufhören. Wenn ich einmal dran bin, bin ich dran. Ich höre grad was. Aber hier finde ich nichts. Ah, doch. Hm, hab ich auch erst gefunden. Okay. Tschuldi, Entschuldigung, ich war's. Oh Gott, oh Gott. Aha, aha, aha. Warte, ich geh mal hier ganz dahinter. Oh. Äh, hallo? Okay. Okay. Guten Tag. Warte. Oh, ein Sexshop. Da interessier ich mich ja natürlich für, ne? Oh Gott. Ein Herrn. Lass mich rein. Und hast ja auch schon was geholt. Äh, gekauft. Äh, da. In dem. Oh. Ja. Ne. Ist dieses Kuscheln wirklich notwendig? Ha! Warte mal. Nein, nein, nein. Nein, hier. Ja. Hallo. Aus dem Weg, Arschgeige. Verpiss dich, sonst schlag ich dir den Schädel ein, du Arschloch. Ich hab meine Nase nicht in Sachen, die mich nichts angehen. Die hat man ja wohl einfach nur ins Hirn geschissen. Fick dich doch selbst, du wertloser Abschau. Natürlich. Stimmt irgendwas nicht? Ist sauber. Ich schlag dir die Zähne aus, dann kannst du leichter pfeifen. Ja, ha, 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 ha. Du Schmeißfliege. Aua. Die läuft weg. Dich Idiot zu nennen, das wäre eine Beleidigung für alle Idioten. Was ist das denn? F5? Nämlicher Idiot. Lauf doch zur Mama. Entschuldigung. Dich Idiot zu nennen, das wäre eine Beleidigung für alle Idioten. Fick dich doch selbst, du wertloser Abschau. Nämlicher Idiot. Dich Idiot zu nennen, das wäre eine Beleidigung für alle Idioten. Was ist dein Problem? Fick dich doch selbst, du wertloser Abschau. Hey, Moment mal. Irgendwas stimmt mit diesem Fahrzeug nicht. Ich schlag dir die Zähne aus, dann kannst du leichter pfeifen. Ja, ha, 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 ha. Wie geil ist das denn, ey? Okay. Ach ne, das wollte ich jetzt nicht. Findet die Zielperson. Oh, äh, schulde. Drohne, Suche initiieren. Du wirst es nicht mehr rollen. Nicht notwendig. Ich hab schon Schlimmeres überstanden. Du Schmeißpfleger. Oh. Boah, ha, 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 ha. Hier hat man ja wohl einfach nur ans Hirn geschissen. Was tun wir jetzt noch? F6 ist der Tanzen. Ja, ich weiß, wie das ist. Weiter so. Da krieg ich direkt bessere Laune. Schön dich zu sehen. Immer mit der Ruhe. Okay. Okay. Atme tief durch. Ehrlich, das hilft. Hahaha. Warte noch. F7 ist... Fick dich doch selbst, du wertloser Abschau. Boah. Diesen Ruf, denn ich, das Arschloch. Haha. Oh, ich komm mir vor wie ein Trottel. Hahaha. Okay. Warum mache ich das? Was? Weil du ein Idiot bist. Raffetz? F7? Wie geht's? Wie steht's? Hey, na? Ach, das ist ja schön. Scheiße. Weißt du das? Aber gerade... Jubeln? Sie beruhigen. Sie beruhigen. Muss dich erstmal beruhigen. Wuhuhuhu. Wuhuhu. So, jetzt gehen wir mal... Machen wir mal weiter hier. Sonst schaffen wir ja gar nichts mehr. Weil ich bin ja nur hier rumspielen. Sie beruhigen. Sonst machen wir mal in sacken mit einem�cher. Das ist gut. Das war ein impressifischer. Ruhige dich erstmal und denk darüber nach. 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 Da ist alles auf der Drohne! Ja, cool! Ja, bist du auch! Ja, hui! Da-ba-da-da-da-da-da-de-de-de-de-du! Da-ba-da-ba, warte mal grad gucken... Wo sind wir ja auf sich einen Shin auch unterwegs? Wir machen jetzt folgendermaßen... Haben wir nämlich irgendwo noch... Warte, Mission. Kelly Mission. Wir machen eine Assassinenverträge... De-de-de-de-de... Guck. Gucken wir mal wo, wo das ist. Karte So, da hinfahren, da machen wir jetzt Machen wir mal 1, 2, Machen wir mal 1, 2 Machen wir mal 1, 2 Weil ich das so will Ja, ich weiß nicht, was ihr seht Ich kann den nicht aufhalten momentan Der macht im Moment nicht, was er will Ja, bist du auch Diesen Beruf nehme ich Das Arschloch Ich bin das Arschloch 1, 2, 1, 2, 3 Ja, ich weiß, wie das aussieht Er macht hier voll die eine auf Juhu, jawoll Ich komme mir vor wie ein Trottel Wisst ihr auch einer? Ich werde ihn nicht wiederholen Ich werde ihn nicht wiederholen Warum mache ich das? Hehehe, das kann ich mir auch Den Beruf nenne ich das Arschloch Oh, ich komme mir vor wie ein Trottel Warum mache ich das? Das weiß ich halt nicht Nummer 1, 2, Nummer 1, 2, Nummer 1, 2, 3 Oh, ja, ich weiß wie das aussieht Nummer 1, 2, Nummer 1, 2, Nummer 1, 2, 3 Oh Achso, warte mal Ach, ich nehme doch auf, gut Oh, ja, ich weiß wie das aussieht 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 Warte mal gerade Hör doch mal auf jetzt, ey Ist jetzt gut Na endlich, hör mal auf, ey Jetzt geht mir langsam doch doch auf dem Sack Hahaha Geh mir doch ein bisschen auf dem Sack Irgendwann kann man es nicht mehr hören Dieser Muuu Nenne ich das Arschloch Oh Gott, bitte Gleich sind wir da Und dann mache ich die Folge Wer erwende ich die Folge? Ja, wir haben nicht viel gemacht heute Ich weiß, ich weiß Es ist eine langweilige Folge Wesen wahrscheinlich, oder? Naja, könnt ihr doch einen Kommentar schreiben Ob es langweilig war oder nicht Aber wir sind gleich da Ah, gut, jetzt können wir hier noch ein paar Sachen machen Okay, jetzt sind wir da So Jetzt tun wir es runter Where sind wir denn jetzt hier? Okay Es ist alles in dem Teil drin hier Mhm, 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 mhm Okay Guck mal gerade wenn ich jetzt hier so Ah, okay, ich hab jetzt die Leiter gesehen, warte, ich geh mal hier runter Alles klar Sehr gut Ich würde aber trotzdem sagen, das war's für heute Ich danke fürs Zugucken in der nächsten Folge bei Watch Dogs Legione Warte, haben wir denn mit dem hier Das ist so Ablenker Aber der ist hier oben Moment, schon mal Warte mal, hier oben Ähm Ach, da, guck mal Das können wir grad noch neben In der Folge, ne Hey, hey Na gut, egal E Guck mal grad Nach dem Technischpunkt nochmal gerade Wir haben, wir haben 40 Technik Wir haben 40 Hier würde ich gerne, ja gut, 40 Drohnen können gekapert werden Dann hatten wir hier noch Das ist erhöht 7 Schrotflinte Erhöht die Nachladegeschwindigkeit Fände ich eigentlich nicht schlecht Bin ich jetzt ganz ehrlich Okay Okay Okay, dann würde ich sagen Danke fürs Zugucken Wir machen nächste Folge weiter Kann ich jetzt hier hinlang gehen? Warte mal, warte, 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 warte Ich bin noch nicht ganz fertig, glaub ich Hier kommen auch noch grad das Machen schnell In der Folge noch Okay, dann mal ran ans Werk Die haben wir noch nicht Der älteste Freedom Haben wir schon Hier, das haben wir noch nicht Jawohl, cool Das sieht gar nicht mal schlecht aus Halt deine Klappe Also shut your mouth Okay, der wird wahrscheinlich unten sein Hier unten hab ich auch noch andere Dinge Achso, der kann, äh, Granaten werfen, ne? Aber ich danke fürs Zugucken Bis zum nächsten Mal In der Folge bei Watch Dogs Legion, ey Ich danke euch Bye bye baby Rock'n'roll, ja, ne? Und wisst ihr auch Bescheid, ne?